Ich stelle mir gerade immer so den ersten Schultag vor, den stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, wenn man halt aus einer anderen Welt kommt sozusagen. Was war das für ein Clash, für ein Eindruck? Hast du da noch Erinnerungen dran? Na ja, das erste Ding, Licht. Licht? Licht, ja, weil wir haben kein Licht in der Straße auf Zimbabon. Straßenlicht? Ja, Straßenlicht. Ja, so das erste Mal, dass ich in England war, ich dachte, how rich are these motherfuckers? Ich dachte, wow, das ist krass. Rassenlicht, was für, you know? Ich dachte, Licht kommt nur von zu Hause. So, ich dachte, wow, okay, Licht für niemand, wow, krass. Licht für niemand. So, das war das erste Ding, dass ich mich erinnere, Licht. Und danach, ich war in der Schule und die Kinder waren so nett. Ich war der einzige Schwarze Mensch, für Jahre. Und die Kinder waren so interessiert. Hast du Elefanten oder ... Es war nur von Leben. Es war wirklich nicht Rassist oder es war nur von ... Es war nur von Liebe, einfach interessiert. Kinder halt, ne? Genau. Ich hatte das Gefühl, dass ich der geilste Mensch in dieser Schule bin. Ich habe das Gefühl, dass wir einen blacken Mann hier haben, er ist fucking cool. Weil ich immer fragen werde, ich kann das, was ich討endet. Das ist wie ein Plan ist, was ich, von euch. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020